Schönen guten Abend. Funktioniert noch nicht ganz. Hören Sie mich? Okay. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Belvedere 21 zu diesem ersten Abend von Gemeinsame Wagnisse mit dem Titel Nebenerwerb. Sie sehen jetzt, also der Abend wird folgendermaßen ablaufen. Wir werden jetzt Beyond Elsewhere von hier aus von Johanna Kirsch und Katharina Lampert sehen. Der dauert circa 90 Minuten lang. Dann gibt es eine kurze Q&A mit den beiden Filmemacherinnen und danach gibt es eine Diskussion mit Ihnen und Martina Handler. Martina Handler ist eine Expertin für Partizipation, für grüne Projekte, Zertifizierungen von Unternehmen und für Fragen der BürgerInnen Beteiligung und sie wird danach über ihre Tätigkeit sprechen im Zusammenhang mit Nebenerwerb, mit dem guten Leben und auch im Zusammenhang mit den Erfahrungen der beiden Filmemacherinnen. Begrüßen Sie bitte herzlich mit mir Johanna Kirsch und Katharina Lampert. Ich freue mich, also wir beide freuen uns riesig, dass der Film wieder mal gezeigt wird und vielen, vielen Dank für die Einladung, auch an dich Christiane und ja, weil er ist jetzt lange in einer Schachtel gelegen und das ist total super. Ja, viel Spaß und wir freuen uns auf das Gesprächspiel nachher. Genau. Ich möchte noch ein paar Gäste begrüßen and I switch to English briefly because some of them don't speak German. Give a very welcome as well to Hubert de Forresta, to Johanna and Helmut Kandl and to Martin Piacek. They are going to give lectures tomorrow at the second part of Gemeinsame Wagnisse Nebenerwerb. I think it will start at 11 with, yeah, now I would have to read the whole program, but let me say so much. Hubert de Forresta will talk or will give his talk at 12, Johanna Kandl will be in discussion with Barbara Steiner at 2 and Martin Piacek I think will speak about his project at 3 when I'm not mistaken. Okay, yes. So, please, come back tomorrow. Today our discussion will be in German, but tomorrow we will have discussions in German. Some of them will be in German and others will be in English, but please come back tomorrow and yes, I wish you a good projection and a nice evening. Ich switch jetzt wieder zu Deutsch. Ich weiß nicht, gibt es spontan schon Fragen, die Sie hätten? Meistens ist das nämlich nicht so. Deswegen beginne ich mal mit einer sehr aufgelegten Frage. Wie habt ihr die Protagonistinnen gefunden? Weil gab es dann, und genau was sich daran knüpft, gab es mehr, aus denen ihr aussuchen konntet sozusagen? Also habt ihr wirklich so ein Casting auch gemacht auf eine gewisse Art und Weise? Also ja und nein. Also wir sind nicht lange gesucht und haben uns ganz viele Projekte angeschaut und ganz viele Leute getroffen. Sicher über ein Jahr, oder? Und im Endeffekt sind es dann eigentlich sehr, also sind es dann eigentlich die Protagonistinnen geworden, die, wo es irgendwie so persönlich am persönlichsten war quasi, ja. Also wir haben uns, wir haben uns ja da auch reingehockt. Wir waren ja dann auch nicht nur ein paar Stunden da oft, sondern haben da halt auch übernachtet und so und diskutiert und geredet und im Endeffekt waren das halt auch die, die dann mit uns können haben und die, wo das gegenseitige Interesse da war und auch die, die was davon wollten. Ja, weil es gab, wir haben viele interessante Leute und Gruppen getroffen, aber manche haben halt auch einfach gesagt, ja, also was sollen wir jetzt mit einem Film irgendwie? Die, die man, also und die drei Positionen, die hatten halt auch auf irgendeiner Weise, auf unterschiedlicher Weise halt auch ein Senderbedürfnis, sagen wir so. Und weil ihr gerade gesagt habt, ihr wart ja jetzt nicht nur zwei Tage dort oder so irgendwas, sondern es ist auch eine Langzeitstudie, wäre jetzt zu viel gesagt, aber ihr geht auch immer so vor, dass ihr euch tatsächlich dann für längere Zeit auch mit ihnen trefft oder über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder besucht und dann auch teilweise länger als zwei, drei Tage mit ihnen auch lebt, oder? Viel länger, ja. Also bei der Ute zum Beispiel in Portugal haben wir wirklich immer über zwei Wochen dort gewohnt, während wir gedreht haben und dann ist das alles auch so verschwommen und hat sich halt so vermischt. Also manchmal wusste man auch nicht, passiert das jetzt gerade wirklich oder ist das im Film oder, also es war, ja. Und beim Wim waren wir auch immer so zehn Tage mindestens und beim Wieserhäusl, die halt näher waren quasi, sind wir dann öfter hingefahren und dafür. Aber auch beim Wieserhäusl war das dann auch so, dass wir angekommen und dann haben wir mal drei Tage durchgearbeitet und am dritten Tag war dann so, ah du, eigentlich müssten wir jetzt auch wieder mal was filmen. Also so, es war irgendwas, ja, genau. Aber es ist eh klar, also weil die, also das war halt auch die Zeit, die wir genommen haben fürs Filmen, die musste dann irgendwie wieder rein. Ich glaube, da gibt es noch eine Frage. Gibt es noch eine Frage? Ja. Achso. Bitte. Geht so. Also wir haben uns ganz, wir haben uns auch mit Solidarität. Solidarischen Ökonomien in der Stadt irgendwie und auch recht viele Projekte in der Stadt getroffen. Aber ich glaube, die Zeit und die Ruhe hatten halt auch eher die, also weil das, also es ist dann so passiert irgendwie, dass das so Landpositionen geworden sind. Ja, aber es ist eh lustig, weil der Film ist halt jetzt auch schon älter und es ist immer so eine Bestandsaufnahme. Und wir hätten jetzt wahrscheinlich auch, also wir sind extrem glücklich mit unseren, mit den Menschen, mit denen wir den Film gemacht haben. Aber es ist halt, das war auch so 2010 irgendwie ein Moment und da hat uns das gerade irgendwie interessiert. Jetzt würden uns sicher andere Positionen und auch die Welt schaut jetzt, finde ich, noch einmal anders aus. Ja, also ich dachte wiederum, also das überrascht mich jetzt, weil das ist mir auch aufgefallen mit der ländlichen Umgebung, aber ich dachte, das wäre jetzt auch quasi dem grafischen Zugang geschuldet. Oder ich meine, es schwebt ja auch immer was Fiktionales dabei mit, aber natürlich glaube ich euch jetzt als Zuseherin, wenn ihr am Anfang behauptet, ihr wolltet wissen, wie das ist, also so einer Generation anzugehören, die auch immer das Gefühl hat, sie ist nicht ökologisch genug, sie tut da nicht genug, sie hat ein permanentes schlechtes Gewissen, kann da nicht was verändern und ihr macht es euch mal auf die Suche. Wie ist denn das, wie ist das mit unserem romantischen Ideal, das Leben auf dem Land ist doch viel einfacher und dann kehren wir wieder zurück, kochen ein und also es geht ja dann eben nicht in der Stadt oder in manchen Teilen schon, aber ja, also für mich war das dann so klar, dass das auch aus dem Beginn herauskommt. Dann war es ganz sicher, ich glaube, das hat sich jetzt auch, also ich muss sagen, für mich hat sich das irgendwie wieder total geändert, vor allem auch durch das Machen von dem Film, wo ich irgendwann gedacht habe, während wir den Film gemacht haben, habe ich mir gedacht, ah na, also ich habe überhaupt keine Lust aufs Land zu ziehen, also wirklich gar nicht und irgendwie so den Hof zu bewirtschaften und das ist eigentlich dann mein Teil, den ich irgendwie beitragen kann, viel eher ist, einen Film zu machen oder so jetzt. Aber, ich weiß nicht, die Johanna hat sich damals, kann ich mich erinnern, oft so im Internet Häuser am Land angeschaut, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Wir wohnen jetzt in Meidling, ich bin ganz zufrieden da. Das ist auch gar nicht so unökologisch. Gibt es Fragen? Weitere Fragen? Ja, bitte. Eine recht spezifische Frage, vielleicht dazu. Ich habe nämlich diese Sache mit der Scheibe, auf die er drauf skizziert hat, eigentlich nicht kapiert, was er da eigentlich ausdrücken wollte. Also ich bin schon klar, ja, Schule auskontrollierte Orte, nicht kontrollierte Orte, aber warum war das jetzt so eine Geschichte, das hat man ja offenbar in Meidlingst? Was war die Idee der Wimter, was wollte er damit darstellen, wo gewohnt wird zu werden? Naja, der Wim ist ja auch Architekt und Künstler und schreibt sehr viele Bücher und hat sehr viele spannende Ideen zum öffentlichen Raum. Und ich glaube, es ging ihm sozusagen um diese Orte, zu denen man gelangt, weil man von einem offiziellen Raum oder von einem institutionellen Raum zum anderen geht. Und ja, er hat sich das halt sozusagen mit dieser Geografie oder mit dieser Karte eben von diesem Ort, wo er lebt, auf den hat er das draufgelegt. Ich bin sicher, er hat so gesagt, das hat er auch von seiner Kindheit so, war das tatsächlich als relativ Karte zu verstehen. Naja, er hat zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, er hat damals als Beispiel genannt, also er hat ja immer diese straffällig gewordenen jungen Männer bei sich oder öfter mal dort gehabt und dann hat einer mal zum Beispiel so ein Heft mitgebracht von den Zeugen Jehovas, weil das hat er halt von seiner Familie und das hat er halt dann so hingelegt. Und dann hat er halt gesagt, also das geht nicht, weil das ist quasi ein, damit übernimmt er den Raum oder das macht ein Territorium irgendwie. Oder eben auch dieser, also das ist so, ich kann es nicht genau erklären, was da mit sich alles schenkt. Wie gesagt, er hat ganz gute Bücher geschrieben, aber er hat halt immer, dass sein Anliegen war halt, dass das quasi ein Raum ist, der wirklich für alle ähnlich Funktional ist und verfügbar ist. Aber diese Momente des Widerspruchs gibt es eigentlich bei allen, habe ich das Gefühl. Und ich finde es aber auch gut, dass ihr, also obwohl ihr präsent seid, sehr oft über die Stimme oder dass man auch sieht, dass ihr Tätigkeiten ausführt, fragt sie dann nicht nach. Und das fand ich am Anfang irritierend und dann fand ich es aber gut, weil es soll ja kein Kreuzverhör sein von den Personen, sagen, na jetzt musst du aber auf den Punkt kommen. Also das ist bei Ute genauso, die dann mal sagt, ja sie will nicht dieses, also diese christliche Nächstenliebe ist schrecklich und dann spinnt sie auch seltsam, also diesen Satz draus, wo ich mir denke, ich habe so ein Gefühl, ich wüsste, um was es geht, aber ganz klar ist es mir nicht eben und das fand ich eigentlich recht schön, dass ihr da nicht nachfragt dann, sondern das mal so stehen lasst und das bringt auch irrsinnig viel, um herauszuarbeiten oder zu sehen, auch wie unterschiedlich die Figuren sind und dass sich die meisten eigentlich bewusst sind, dass es wahnsinnig viele Widersprüche gibt, sei es jetzt in der Biografie oder sei es in den Vorstellungen von dem Leben, das man erlebt oder hat. So, das war jetzt keine Frage. Nein, aber ich glaube, das hat es auch irgendwie schön gemacht mit, also ich meine, ich denke mal, wir haben die alle diese Widersprüche in uns auch ständig und ich fand, das war irgendwie auch ein total schöner Teil, auch bei der Ute, dass das irgendwie so immer dieses, weil am Anfang, ich kannte die Ute überhaupt nicht, wie wir das erste Mal sie getroffen haben, ich dachte, ah, das ist alles so heilig, heilig und dann immer mehr diese Brüche halt zu sehen und also das hat es irgendwie sehr, ja, das hat es irgendwie total schön gemacht und, ja, greifbar quasi auch und halt auch realer, weil das andere gibt es halt auch nicht. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Die Ute hat dieses Stück Land in Portugal gekauft mit ihrer Freundin gemeinsam und die haben aber in zwei unterschiedlichen Häusern gelebt und haben sich dann immer wieder getroffen auf diesem Land. Aber die Ute ist leider gestorben, genau, ja, die ist gestorben kurz bevor wir den, also sie hat den Film nie gesehen, leider. Ja, ja, sie ist krank geworden, genau. Ja, und das ist schon interessant, so von wegen so Widersprüche oder bei der Ute, dass sie halt wirklich da, in dem dann sehr konsequent war, in ihrem Sterben, dass sie halt wirklich gesagt hat, das, was sie immer gesagt hat, sie möchte mit der Medizin nur so und so viel zu tun haben, das hat sie einfach dann wirklich durchgezogen, also das war schon beeindruckend zu sehen, also egal wie viele Widersprüche es gab in dem ganzen Tag, war sie dann sehr konsequent, ja. Ich habe noch eine Frage zum Filmischen, wie seid ihr beim Schnitt vorgegangen? Weil teilweise war ich total überrascht, nämlich bei manchen Übergängern, also so von Handarbeit zu Handarbeit und dann habe ich mir gedacht, ah, es ist auch interessant, wie sie es verwebt, aber es ist, wie soll ich sagen, Ja, könnt ihr da was dazu sagen, wie war es, was waren so Entscheidungen oder gab es ein anderes, gab es das Konzept von Anfang an oder war das was, das sich dann im Laufe des Drehs entwickelt hat, war das was, das ganz am Ende erst dazugekommen ist? Also eigentlich hat sich total viel im, also es gab schon so ein Konzept und oft waren wir beide total erstaunt, wenn wir drehen waren, dass die Szenen, die wir für diese Einreichung beim Bundeskanzleramt, dass die wirklich, also die wir geschrieben hatten, dass die dann wirklich passiert sind, während wir dort waren. Und ich war so, ah, wow, cool. Und aber ganz viel hat sich halt einfach auch ergeben, während wir dort waren und eben in dem ganzen Prozess, oder? Ja, und auch das Schnitt so, wir haben uns auch zwischendurch gedacht, vielleicht erzählen wir einfach diese drei Geschichten hintereinander, aber dadurch, dass sie sich so, also dass das ja auch über die Jahreszeiten gegangen ist und sich so verwoben hat, indem auch in der Auseinandersetzung untereinander und wir dann immer dort und so haben die Geschichten sich für uns halt auch verwoben und dann hat das so eher gepasst, ja. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Ihr sagt es. Danke. Für euch haben sich die Geschichten verwoben, auch irgendwie für die Personen im Film? Also hatten die irgendwelchen Kontakt über euch oder vielleicht sogar unabhängig voneinander? Nein, eigentlich nicht. Wir haben ihnen immer erzählt, was die anderen gerade so machen. Das schon, ja. Dann haben wir das halt dann darüber geredet und so und aha und ja und okay. Es war vielleicht für die auch gar nicht so relevant, weil die ja doch sehr unterschiedliche Entwürfe eben ihres Lebens jeweils hatten. Ich glaube für die Ute war es schon recht spannend zu sehen, also zu hören zum Beispiel eben, was die vom Wieserhäusl machen, weil sie ganz viel früher auch in so Kollektiven gelebt hat und da zu sehen, okay, was machen die heute anders oder das zu hören halt. Ja und auch für die vom Wieserhäusl war es wieder interessant, wie der Wim jetzt sein Holz macht oder solche so, eher so Details dann auch so, wie, welches Klo wer hat oder so. Ja. Ja. War die Kollektivität oder der Grad des Anders, ich habe, also man will das Wort aussteigen nicht sagen, nach Ute oder einsteigen, war das irgendwie wichtig? Also war euch eine Kollektive Organisation wichtig oder also im Aussuchen oder der Biografien oder des Andersmachens kollektiv oder wie weit Entfernung, also ihr wollt jetzt keine Sekte, also was hat es da für Herangehenspunkte gegeben in das, nochmal im Aussuchenprozess, also von den Biografien? Naja, ich glaube, es war uns wichtig, also ich glaube, das liegt uns beiden nicht so, ich glaube, es war uns wichtig, dass wir irgendwie eine liebevolle Auseinandersetzung haben können mit den Personen auf einer Ebene und das ist uns im Arbeiten auch wichtig, also in unserem gemeinsamen Arbeiten oder in dem Arbeiten, wie wir mit anderen dann arbeiten, dass das irgendwie etwas Kollektiveres hat. Ich sage jetzt nicht, dass es das total ist, aber wir schauen schon, dass wir irgendwie unsere Ressourcen teilen und dass wir unser Wissen weitergeben untereinander in unserem Arbeiten jetzt und das war uns, glaube ich, auch mit den Protagonistinnen und Protagonisten wichtig, dass das irgendwie auf einer Ebene ist. Und ich glaube, jetzt mit irgendeiner Sekte, die wir blöd finden, hätten wir das nicht so, es war schon so ein gewisser Grad an einem Grundverständnis gegenseitigem da. Ich würde gerne Martina Handler aufs Podium bitten, um jetzt ein bisschen vom Film wegzugehen, also doch auch beim Thema zu bleiben, aber jetzt unmittelbar vom Film wegzugehen. Ich habe sie vorher nur kurz vorgestellt, aber vielleicht machst du das auch noch selber. Du arbeitest bei ÖGUT, das ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich seit, ich habe es gelesen, mehr als 30 Jahren für nachhaltige Auswirkungen von Wirtschaft und Gesellschaft oder nachhaltige Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Aber vielleicht sagst du ein bisschen was drüber. Gerne. ÖGUT ist, ich glaube, du hast es gesagt, österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik und gegründet wurde die ÖGUT nach Heimburg, nach diesem Konflikt in der Au, um andere Konfliktlösungsarten sozusagen da möglich zu machen. Und das ist ein Thema, Konflikt, also Mediation, Konfliktlösung, so. Das ist ein Thema, aber wir haben viele unterschiedliche Themen. Mein Bereich ist Partizipation und ein zweiter nachhaltiges Investment. Aber so meine Expertise und Leidenschaft liegt beim Thema Partizipation und nachhaltige Entwicklung. Und eine meiner Leidenschaften ist auch gemeinschaftliches Wohnen. Insofern habe ich jetzt diesen Film auch, den ich gerade zum ersten Mal gesehen habe, sehr, sehr spannend gefunden. Ich komme vielleicht nochmal, bleibe mal kurz noch bei ÖGUT und deiner Arbeit und dann fände ich es schön, wenn sich auch so ein bisschen eine Konversation zwischen euch dreien entspinnen könnte, vielleicht eh auch über Fragen des kollektiven Wohnens oder die Frage, wie Partizipation dann auch im Film vorkommt oder eben auch nicht. Das wäre dann die Frage. Es geht bei ÖGUT auch um, und das fand ich auch sehr spannend, es geht darum, ihr schreibt, Wissen entwickeln, Wissen vermitteln, Menschen vernetzen. Das könnte jetzt eigentlich auch eine Universität sein, oder? Ja, wir sind ein Forschungsinstitut, Forschung und Beratung, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut. Und ja, man könnte sagen, dass das Überthema ist nachhaltige Entwicklung. Also wie können wir Wirtschaft und Technik und Gesellschaft nachhaltiger machen? Und da beschäftigen wir uns mit dem Thema Energiewende und Ressourcenwende und Genderdiversität. Also sehr breit mit ganz unterschiedlichen Themen, sowohl in der Forschung, aber eben sehr stark praxisorientiert. Und im Partizipationsbereich machen wir auch sehr viele partizipative Prozesse zu ganz unterschiedlichen Themen. Also auch zum Beispiel, wie können Flüchtlinge in Gemeinden gut integriert und aufgenommen werden, war ein Prozess. Aber auch, wie kann die österreichische Energiestrategie unter Mitwirkung aller Akteure in Österreich erstellt werden, solche Dinge. Und wir haben vorhin im Gespräch festgestellt, dass ihr zwar viel mit verschiedenen Unternehmen auch zusammenarbeitet und mit Forschungseinrichtungen, aber weniger mit Kultureinrichtungen. Wir haben uns dann gefragt, woran das liegt, weil ja das durchaus Themen sind, die vermehrt im Kulturbereich und von künstlerischen Arbeiten aufgegriffen werden, aber dann auch teilweise ein völlig anderer Diskurs darüber herrscht. Also ich habe vorhin gesagt, eure Website, das ist eine sehr eigene, wie soll ich sagen, diskursive Sprache, die es da gibt und die überschneidet sich teilweise überhaupt nicht mit dem, wie wir über diese Themen sprechen. Also wir jetzt als, okay, vielleicht sage ich ich, wie ich es kenne als Ausschnitt des Kunstbetriebes sozusagen und wie wir, ich, diese Themen aufgreifen. Und ja, warum glaubst du, ist das so oder gibt es da Berührungsängste oder sind das einfach zwei Felder, die sehr unabhängig voneinander existieren? Wie siehst du Möglichkeiten, wie die sich befruchten könnten? Also ich sehe große Potenziale, wie sie sich befruchten könnten. Ich leide manchmal auch unter dem, unter dem sehr stark, wie soll ich sagen, monokulturell, Nein, das stimmt eigentlich so nicht, aber doch sehr mit einigen Gruppen sehr stark in Kontakt seien, die Forschungsszene und als Partizipationista weiß ich, dass Kreativität dann entsteht, wenn möglichst diverse Gruppen zusammenkommen und gemeinsam auf ein Thema draufschauen und versuchen Lösungen zu finden. Und deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn das sich mehr vermischen würde oder wenn es da mehr Kontaktflächen gäbe. Mich würde auch interessieren, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, Generationen, die dieses schlechte Gewissen der Ökologie gegenüber oder dem ökologischen Bewusstsein gegenüber oder dass man zu wenig macht, dass man sich zu wenig engagiert, dass man eben zu wenig nachhaltig lebt. Und dass es da so eine seltsame Dynamik gibt, schlechtes Gewissen und dass es möglicherweise auch schwierig ist, teilweise die Initiative zu ergreifen. Das kann einerseits gesamtgesellschaftliche historische Gründe haben, wie du auch in dem einen Text geschrieben hast. Andererseits hat es dann auch mit ganz banalen Dingen der Erwerbsarbeit zu tun, also dass man sich zwischen teilweise künstlerischer Arbeit und der Arbeit, die man dann tun muss, um Geld zu verdienen, auch aufreibt und dann nicht mehr viel Platz bleibt. Ja, wie seht ihr da das Spannungsverhältnis zwischen den Themen? Naja, also das Interessante irgendwie bei dem, jetzt eben wieder, wenn ich weit zurückgehe zum Anfang des Filmemachens und den Ansprüchen und den Ansprüchen, die ich vielleicht an mich hatte oder wir an uns. Und also, wie soll ich sagen, was ich durch die Auseinandersetzung jetzt mit den Leuten, mit denen wir den Film gemacht haben, gelernt habe, ist, dass es schon realisierbarer wird vieles, wenn man nicht so dieses Riesending hat, sondern dass das halt in kleinen Schritten geht und aus der eigenen Realität heraus passieren kann und dass das aber eh alle so machen und dass diese großen, dogmatischen, kalvinistischen Fantasien von ich bin jetzt dann ein guter Mensch ab morgen, dass die eh, glaube ich, halt jetzt eh nicht so oft so richtig funktionieren. Ja, das war jetzt irgendwie auch das, was wir mitgenommen haben aus dem Ganzen. Wie siehst du das, die dann, also die ja auch ganz konkret mit Projekten arbeitet, also ich greife jetzt nur ein paar heraus und vielleicht kannst du da auch ein bisschen mehr dazu sagen, BürgerInnenbeteiligung in Korneuburg zum Beispiel oder Tröpferlbad 2.0 ist wieder ganz andere, also ich sage jetzt bewusst die Bandbreite oder sechstes und siebtes Forum Jugendstrategien, also das finde ich interessant eben wie, vielleicht kannst du sagen, was für Strategien werden da angewandt, worum geht es da eigentlich, wie, was mich auch immer interessiert ist quasi Theorie und Implementation, wie fällt das dann komplett auseinander, wie lässt sich das auf eine gewisse Art und Weise kontrollieren, ja muss es ja wohl, aber was sind so Probleme, die dabei auftauchen? Ja, das ist jetzt gerade ein sehr großer Bogen. Also wir beschäftigen uns stark in sehr vielen Projekten mit dem Thema, wie kann man, wie kann Alltagshandeln nachhaltiger werden? Oder oft einmal eigentlich noch auf der Vorstufe, wie kann Produktion nachhaltiger werden oder wie können, ja was kann die Energiewende zum Beispiel befördern und solche Dinge. Und in meinem Bereich, also in der Partizipation, da stehen, also wenn du gerade jetzt Korneuburg ansprichst, ganz unterschiedliche Themen, so am Tapet, die Stadt Korneuburg versucht, hat einen Masterplan Bürgerbeteiligung erarbeitet und versucht, die Bevölkerung einzubeziehen in die Entwicklung der Stadt. Und das ist keine einfache Aufgabe, weil das hat sehr viel mit diesem Misstrauen von Politik und Bevölkerung zu tun. Dieses Misstrauen und diese Distanz ist ja, wie wir alle sehen, zunehmend. Und es ist gar nicht einfach, Bürger und Bürgerinnen zu überzeugen, dass es Sinn macht, tatsächlich da mitzutun an einem Projekt. Und ich sage sehr oft zu Recht, weil ja viele Städte und Gemeinden dann auch ein bisschen zaghaft sind bei der Umsetzung der Ergebnisse, die da erarbeitet werden. Und insofern verstehe ich beide Seiten sehr gut und ich verstehe, also ich habe schon viele schlechte Beteiligungsprozesse gesehen, wo ich ganz deutlich verstehe, warum viele, die sich da beteiligt haben, frustriert sind. Und ich glaube, da muss sich viel auch an der politischen Kultur verändern, damit Partizipation wirklich noch stärker gelebt werden kann. Weil da gehört ganz klar eine, also wenn das nicht Bottom-up-Prozesse sind, die einmal auskommen, auch ohne eine Stadt oder eine Gemeinde, gibt es ja auch da vieles, selbst organisiert. Aber in dem Moment, wo sozusagen partizipative Prozesse initiiert werden von der Stadt, muss natürlich ein Commitment da sein, mit den Ergebnissen irgendwas zu tun. Und wenn dem nicht so ist oder wenn nicht zwischendurch auch einmal ein Blick drauf geworfen wird, ob das in eine Richtung geht, wo nachher die Stadt dann tatsächlich auch was anfangen will damit, dann wird es halt oft zu einem Problem und dann tröpfelt es ein bisschen so dahin. Und das ist noch nicht das Tröpferlbad, das wäre jetzt die Überleitung, aber dann tröpfelt das Engagement der Bürgerinnen, natürlich verständlicherweise nur so dahin. Und das ist halt, ja, Partizipation ist halt so ein, ich sage immer, das ist so ein komplexes Feld, weil natürlich soziale, jedes soziale Geschehen ist ein sehr dynamisches. Und oft einmal unwägbar und da spielen so viele Faktoren mit, damit etwas gelingt. Und da spielt natürlich auch ganz stark auch die Kommunikation eine Rolle. Und das haben viele Gemeinden und Städte noch nicht so gut gelernt, sozusagen wirklich verständlich und motivierend zu kommunizieren. Und auch danach zu kommunizieren, was mit den Ergebnissen passiert und so weiter. Jetzt ging es bei euch, ich komme jetzt wieder zurück, versuche so die Brücke zu schlagen. Jetzt ging es bei den Protagonistinnen, die ihr gezeigt habt, nicht so sehr um diese klassische, oder klassische ist es eh nicht, aber um diese Partizipation im Sinne einer Bürgerinnenbeteiligung, sondern eher um so eine Selbstermächtigung. Also zu sagen, ich mache mir dieses Leben selber, ich lasse mich eben nicht von Strukturen dominieren oder beeinflussen, sondern schaue, was ich selber leisten kann oder wie ich es mir einrichten kann. Das ist aber wiederum, für mich ist es trotzdem integrativ von so etwas wie Partizipation. Und was ich schön daran fand, ist, dass auch wieder die Widersprüchlichkeit von diesen Prozessen, oder man kann es wahrscheinlich Dynamik auch nennen, wie sich die ausdrückt in den verschiedenen Formationen. Also die einen sagen, nein, wir wollen diese Kleinfamilie, diese Individualisierung der Gesellschaft lehnen wir ab, deswegen leben wir im Kollektiv. Die anderen sagen, nein, ich kann eigentlich nur so fern ableben und möglichst alleine mit meiner Partnerin, die aber dann auch weiter weg von mir wohnt. Und ja, also wo das wiederum eine ganz andere Möglichkeit ist, inwiefern ist, also ich verstehe Partizipation auch als Ermächtigung oder Selbstermächtigung. Würdest du das auch so verstehen? Unbedingt. Unbedingt. Und ich komme gerade da von einer Konferenz, da ging es um Innovationen, um demokratische Innovationen. Wie kann Demokratie anders gelebt werden, weil so wie sie jetzt ist, ist sie ganz offensichtlich renovierungsbedürftig oder reformbedürftig. Und wir glauben, dass das nur so funktionieren kann, dass Menschen ermächtigt werden, einfach mehr Dinge auch selbstorganisiert und eigenverantwortlich zu tun. Und es war ja jetzt gerade auch in den Medien ein Vergleich Berlin-Wien, was Bürgerbeteiligung anbelangt. Und da sieht man schon in anderen Städten, dass oft selbstorganisierte Projekte einfach mehr Möglichkeiten haben, als in Wien, wo einfach auch gerne, zwar gerne etwas eröffnet wird, um etwas zu ermöglichen, aber doch in einem kontrollierten Versuch, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, es muss einfach ein bisschen stärker auch in die Hände der Menschen gelegt werden, wie etwas dann tatsächlich ausschauen soll. Und dann fangt es zu leben an, wenn einfach Menschen das nach ihren Bedürfnissen und Bedarfen entwickeln können, nach ihren Interessen. Und ja, dann hat es auch Energie. Das sehen wir auch bei so partizipativen Prozessen, wenn nicht von oben vorgegeben ist, wie ganz konkret das, was da erarbeitet werden soll, so ungefähr ausschauen wird, sondern wenn das offene Prozesse sind, wo die Menschen entscheiden können, was für sie wirklich die wesentliche Fragestellung ist, dann hat das eine ganz andere Kraft. Und dann schaut da ganz was anderes raus. Und es gibt so Formate, also wir arbeiten viel mit diesem Format, Wisdom Council heißt es im englischen Bürgerrat, Bürgerinnenrat. Und das ist so ein Format, das eben sehr offen ist und sehr offen auch moderiert wird. Mit einer Dynamic Facilitation heißt das. Also wir folgen der Energie der Gruppe und schauen, was da rauskommt. Und das hat einfach eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Tiefe. Und wirklich, ja, das ist ein ganz anderes Ergebnis dann auch. Gibt es vielleicht Fragen aus dem Publikum? Also es ist eher ein offenes Gespräch. Vielleicht haben Sie noch Fragen? Ja. Es geht nur ums Aufnehmen, damit man Sie hört. Aber wenn Sie ein bisschen lauter sprechen. Ich komme gerade von der Führung am Sonnenviertel mit dem Robert Demmel, wo die Baugruppen gerade vorgestellt wurden. Also es hätte thematisch super gepasst irgendwie. Aber das war jetzt nicht im Urbanize-Programm jetzt, komischerweise der Film. Also Zufall. Und da war irgendwie gerade so die Frage, so Ausschreibungsbedingungen von der Stadt, für ein bestimmtes, also Stadtentwicklung jetzt betreffen, also Wohnprojekte betreffen. Also nur um so als Modellhaft jetzt nicht auf Stadtplanung einzugehen. Aber da war halt, da haben Sie ja gesagt, da waren halt mit einem gewissen Lernprozess schon die Ausschreibungen so gemacht, dass eben diese Partizipation dort sozusagen blühen kann. Also das ist so ein Geben und Nehmen, also diesen Handlungsfeld möglich zu machen, mit der Widmung in dem Fall als politisches Instrument. Oder mit halt ein paar Engagierten, einfach auch mal bei der ÖBB, wenn da einer sitzt, dem es wurscht ist, dann kann man weniger machen. Es hängt dann oft auch so von Persönlichkeiten ab, oder wie die halt drauf sind. Aber das war jetzt zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade das Beispiel ein, wo so Werkzeuge, ich meine, die werden zwar jetzt nicht hergeschenkt, es muss noch ein Demand, so ein Drang da sein, dass die Politik überhaupt reagiert. Also so war das ja bei den Baugruppen. Also das war so eine Dynamik, die sich gegenseitig da hochgezwiebelt hat. Da kann ich vielleicht gleich was dazu sagen, weil ich wohne in einem dieser Wohnprojekte im Sonnenviertel. Also im Gleis 21, also dieses Holzhaus im Sonnenviertel. Und da habe ich wirklich das Gefühl, das ist einfach, das ist gut gelungen, oder da sind gute Bedingungen da, das sind insgesamt fünf bis sieben, je nach Art der Zählung, Baugruppen, Wohnprojekte, Gemeinschaftswohnprojekte. Und wir haben eben das Haus, also es gibt unterschiedliche Formen auch. Unser Haus ist Gemeinschaftseigentum, es gibt auch Baugruppen, die haben Eigentumswohnungen und so weiter. Und das ist eben wirklich insofern gut gelungen, weil die Stadt Wien gemerkt hat, dass Baugruppen in einem Stadtviertel einfach eine sehr positive Wirkung haben. Ja genau, weil meistens solche Menschen in einem Gemeinschaftswohnprojekt wohnen, die erstens einen Wert auf Gemeinschaft legen, also und das ist meistens nicht nur beschränkt aufs Haus, sondern halt aufs Kretzl. Und das hat halt positive Auswirkungen, also dass man einfach dann die Nachbarschaft mitentwickelt quasi. Und das ist halt in einem Viertel, wo fünf Baugruppen sind, sind das einfach gute Bedingungen. Auch die beiden Urbanize-Verantwortlichen werden in der Baugruppe Bikes & Trails wohnen, genau. Elke Raut und der Christoph Leimer. Und also insofern sind viele engagierte Leute auch im Viertel. Und es ist schon unser Anspruch, dass wir nicht nur im Viertel uns gut vernetzen, sondern dass wir wirklich auch sozusagen über die Grenzen dieses neuen Viertels hinaus wirken oder die Leute auch hereinbringen und dass es mehr auch eine Mischung gibt, weil das ja oft die Gefahr ist in solchen neuen Wohnvierteln. Ist es nicht auch so, dass es eine bestimmte Schicht ist? Also ich bin nicht bewusst jetzt das Wort Schicht, weil es auch um Klassenzugehörigkeit geht. Also eine gebildete, urbane Schicht, die sich dann in so Wohnprojekte schmeißt. Also wir reden von Teilhabe, von Partizipation und sind da wirklich alle gemeint. Und eben ist das auch dann gut durchmischt, also gibt es eine gute Durchmischung. Und auch bei dem Film von Johanna und Katharina, die Leute sind ja alle wahnsinnig reflektiert. Und ihr beiden, das ist ja auch so toll, weil dieser Film so Brüche hat, diese Widersprüche und so. Und auch diese Unsicherheiten in den Leuten, die ja sehr oft über das auch sprechen. Aber auch ihr beide, ihr werft euch ja gleich am Anfang in den Film mit diesen Fragen. Also das haben unsere Eltern uns vorgeschlagen. Dann haben wir das mal in Frage gestellt und jetzt wollen wir das selber irgendwie so dieses Aussteigen. Oder halt eben diese Fantasien dann auch. Sachen einkochen und ins Feuer schauen. Und ich frage mich halt, ist das halt was, was mit einer bestimmten, ja mit uns zu tun hat? Oder betrifft das auch jetzt den, ist das jetzt auch für einen Hacklein-Favoriten interessant? Weil da vermutet ja immer, dass der, glaube ich, eher sein Eigenheim möchte. Nein, ich fand es lustig, weil wir vorher, oder ich vielleicht habe, also so überlegt haben, eben weil es schon so alt ist, der Film und so, und dass es halt lustig ist, was man zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben macht halt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist ganz klar ein Film von weißen privilegierten Menschen für weiße privilegierte Menschen. Und das finde ich jetzt in dem Fall gar nicht so schlimm, weil es ja irgendwie bei denen allen und vielleicht bei uns auch irgendwie um dieses Gefühl geht, wir können, wir müssen oder wir sollten oder wir können etwas aufgeben wieder, ja, von unserem. Also eben dieses Aussteigen, was es nicht gibt, ist ja doch irgendwie im Endeffekt, können, sollen wir was von unseren Privilegien hergeben und was kriegen wir dafür, ja? Ist das so sicher, was dann da rauskommt? Also ich denke, bei all diesen Prozessen oder bei vielen, also bei uns zumindest, ja, jetzt unabhängig von, wie solidarisch wir uns dann noch zusätzlich verhalten in der Welt, aber was so ganz egoistische Entscheidungen geht, glaube ich, geht es viel darum. Ich kann das nachvollziehen. Das ist natürlich eine gewisse, also es gibt Kollegen in meinem Bauprojekt, die sagen, wir sind so heterogen und ich sage immer, wir sind gar nicht heterogen, nur weil die einen halt Architekten sind und die anderen Politikwissenschaftler, das ist noch keine Heterogenität. Aber, also wir haben schon geschaut, also es gibt einen Solidaritätsfonds, und da, also der intern sozusagen angelegt wurde und es sind schon auch Menschen dabei in unserer Gruppe, die sich nur Schwerheiten leisten können und es so möglich wurde. Wir haben auch zwei Solidaritätswohnungen, also wir sagen Soli-Wohnungen halt, also zwei Wohnungen im Haus, die wir in Zusammenarbeit mit der Diakonie an Menschen überlassen, sozusagen, die es nicht so gut haben und solche Dinge. Also wir versuchen halt, das Faktum, dass wir da mit dem Haus ziemlich gut haben und dass wir alle, also ich finde das auch legitim, dass wir einfach gern in so einem Haus wohnen, wo man gut miteinander lebt und wo man in Gemeinschaft, also in guter Gemeinschaft lebt. Und das ist aber auch etwas, was man sich schwer erarbeiten muss, weil das wird einem nicht geschenkt und das ist ja da auch angeklungen in eurem Film, dass man sich manchmal denkt, habe ich mir das wirklich ausgesucht? Ja, es kommen Konflikte, wenn man eng zusammen wohnt, wenn man viel Kontakt hat, dann kommen natürlich auch Konflikte auf und das ist was, wo man einfach dranbleiben muss und wo man schneller, das hat mir auch gut gefallen, weil das trifft es auch gut, wo man schneller einfach auch sagen muss, das geht mir jetzt total auf die Nerven. Und das sind auch so Dinge und das finde ich aber auch wieder so spannend, dass eben, das ist ein Lernprozess für uns alle, es ist oft einmal leichter, einfach so nebeneinander herzuleben, da bin ich zu nichts verpflichtet und muss ich auch nicht irgendwie mich stellen, in gewissen Situationen und da müssen wir halt gemeinsam daran arbeiten, dass wir uns aushalten. Und ja, und das finde ich auch wieder, finde ich eigentlich eine schöne Aufgabe, weil es hat natürlich auch sehr viel Positives. Ich bin gerade jetzt eine Woche weg gewesen und gebe den Schlüssel einfach meiner Nachbarin und die kümmert sich um alles, was so daherkommt. Also es ist schon praktisch. Meine Stadt Wien ist ja die größte Grundregulierung, die wir wohnen. Und es ist schon wahnsinnig möglich, also erlaubt ist fast nichts an Gewohnungen. Weil wir haben so viele, ich mache die kleine Bauten, es ist ja alles verboten, mehr oder weniger, oder sie kontrollieren sich auch gegen Zeit und so sehr wie die Wohnerinnen, dass es sich alles verbunden hat. Also da weiß ich nicht, ob so partizipative Dinge funktionieren. Darf ich da noch ein bisschen zu sagen? Also ich kenne so Wohnhausanlagen, wo es eben auch große Probleme gegeben hat. In Graz zum Beispiel ein Projekt. Und wo man gesagt hat, da müssen wir was tun. Und ja, gerade in Gemeindebauten gibt es ja oft einmal Probleme, und da gibt es wahnsinnig viele Ansatzpunkte, die sehr, sehr positiv sind. In dieser Grazer Wohnhausanlage hat man einfach Leute dann gesucht, die grundsätzlich so ein bisschen eine soziale Ausrichtung oder soziale Kompetenz mitbringen und auch Lust daran haben, so ein bisschen mit Menschen was zu tun. Und die hat man geschult, so ein bisschen ein Basiswissen zu, wie gehe ich mit Konflikten um, wie arbeite ich so ein bisschen partizipativ. Und die sind Ansprechpersonen in dieser Wohnsiedlung, wenn es irgendwo griselt, wenn es irgendwo Spannungen gibt. Und das ist so ein bisschen ein Früherkennungs- und Frühbehandlungssystem. Und sowas finde ich super, weil es ja oft, wenn es irgendwo kraucht, ist es ja deswegen, weil alle weggeschaut haben, lange Zeit, und es ist immer mehr eskaliert und dann kann man halt fast nichts mehr machen, weil es einfach schon so vertrackt ist. Und eigentlich wäre das eine super Aufgabe. Ich meine, es gibt ja in Wien tolle Einrichtungen wie die Barsena am Schöpfwerk, die einfach ganz, ganz toll in diesem Riesenwohngebiet mit 28 Nationen sind dort, und eben auch Österreicher und allem Möglichen. Und da gibt es natürlich auch viele Konflikte, wie in vielen Gemeindebauten, und die machen ganz tolle Arbeit. Also wenn es die Barsena nicht gäbe, war das ganz, ganz, ganz schwierig. Aber ich meine auch so, wenn Sie jetzt mal vor mir ein bisschen Angst beschalten, darfst du das nicht machen, ja? Wenn du in andere Länder gehst, basteln die alle herum, und es schaut eigentlich sehr lebendig aus, ja? Und bei uns ist das immer dann halt so, ganz einheitlich, der Rasen ist ganz gerad, und das ist ganz, ja, es wird ja alles abgenommen, alles wird gepflegt, und der Müll wird wegräumt und so weiter, aber Freiheit gibt es wenig. Das hat aber auch ein bisschen, also das sind ja auch immer so semi-öffentliche Räume, also so halb privat, halb öffentlich. Ich glaube aber, dass das auch viel mit den Reglementierungen im öffentlichen Raum zu tun hat, und mit einer fortschreitenden Reglementierung desselben, also der sich dann eben auch auf diese halb privaten, halb öffentlichen Zonen ausdehnt. Und ein gutes Beispiel war für mich, also eine Zeit lang hat mich mein Berufsweg quasi durch den Rabenhof geführt, und ich fand es auch schrecklich, weil ich fand den Hof wahnsinnig schön, und drinnen siehst du aber sofort das Schild, was Kinder zum Beispiel alles nicht dürfen, und ich fand das echt absurd, weil ich mir gedacht habe, ist das nicht herrlich, für ein Kind dort aufzuwachsen, und dann wahnsinnig viel Wiesenfläche zu haben, alle diese Gänge, die teilweise ins Nichts führen, wo sie sich verstecken können, Ball spielen, was auch immer, also das war nur eine von diesen Absurditäten. Das bringt mich aber dann wieder zurück, und ich glaube, damit schließe ich und denke mir, wir diskutieren es dann draußen weiter, bringt mich zurück zum öffentlichen Raum und zu dem, was Wim in eurem Film auch gesagt hat, und wie da der öffentliche Raum funktioniert, nämlich als etwas, wo das Individuelle quasi bestehen bleiben darf, aber es geht auch immer um Sorge tragen für andere. Und das fand ich sehr schön und sehr wichtig, also du kannst den Raum quasi nicht besetzen, du kannst Individuum bleiben, aber in deiner Besetzung sozusagen musst du offen sein. Und ja. Ja, und also das ist jetzt die Frage, wie gut das dann immer funktioniert, aber in dem Fall muss man halt dann auch einen Dreck und einen Lärm aushalten. Gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank Martina Handler, vielen Dank Johanna Kirsch und Katharina Lampert und Ihnen auch. Bleiben Sie noch da, trinken Sie noch ein Glas mit uns oder zwei und kommen Sie morgen wieder. Vielen Dank. Applaus